Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digi Adventure und den Pets. Kapitel 2. Achtung, Geheimereingang. Ich fahre ja mal da hin. Ne, geht nicht. Schade, ich dachte ich könnte hier den hier rüberschieben, aber das geht nicht. Gut. So, das funktioniert so nicht gut. Dann lass mal den liegen. Ja, ich lass den liegen. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Ah, ok. So, wo sind wir? Da sind wir. Da gibt's weiter. Da komm ich nicht hin, ok. So, ich kann den nur nach unten schieben, ok. So. Und weiter geht's. So. Dann das Teil einmal komplett da hinten rüber. Dann. Einmal den da komplett hinten rüber. Und einmal la unten. Zack. So. Aha. Die hätte man vorher aufmachen können. Müssen. Können. Müssen. So. Ah, jetzt geht's da weiter. Ok. So. 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 Und so. So. Und so. So. Und so. Okay. Ah, das ist gut. Achso. Du musst hier trotzdem. Muskel hier rein. Nicht wirklich, ne? Na ja, egal. Na ja, ohne der eine Stein. Gut. So. Jetzt weiter da. Ähm. Ähm. Das bist du. Das bist du. Das bist du. Dann erst einmal. Ja. Da. Da rüber. Da rüber. Da rüber. So. Du bist das. Ja. Jetzt einmal sehen und einmal sehen, dann kommen wir jetzt die Treppe. So. Und wenn wir weitermachen wollen, versuchen wir es, indem wir uns umschauen. So. So. Da komme ich rein, da komme ich nicht rein. Gut. Okay. Was willst du? Kantine. Okay. So. Oh, und ein neuer aus der Gamma-Einrichtung. Schön dich hier zu sehen. So. Okay. So. Achso, den kann ich noch nicht. Gut. Gehe ich mal nach da oben. So. 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 Ah, okay. Okay. Habe ich verstanden. Einmal. Und noch einmal. So. So. Ach. Eine Gegensprechanlage. Lass mich etwas ausprobieren. Bekanntmachung, die Kantine meldet einen Überschuss an Pfannkuchen. Du hast es gehört. Perfektig. Geh mal aus dem Weg. Das hat besser geklappt, als ich erwartet hatte. So. 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 hier. Gut. Lauch Name. Hallo. da drückt hier ok da komme ich noch nicht rein, ich brauche einen Schlüssel für, ok so, dann fangen wir jetzt unten an, also der Schlüssel nehme ich mal an der wird da oben irgendwo sein, äh das ist mein Essen eine Schlüsselkarte, niemand muss diese Karte fallen gelassen haben, vielleicht öffnet sie ja eine Türe einzelne Personen wurden in einzelzellen im Trakt untergebracht so, jetzt gehts weiter, ähm, wo? ähm, achso, ja genau, da so, und die nächste Ecke so, jetzt gehts weiter was ist das? DNA, ok ok ähm wir wussten, dass du kommen würdest, um uns zu holen oh, wie ich freue ich mich, dich wieder zu sehen die vierte Elemente an einen Computer, der ihre Aktivitäten überwacht er muss Informationen über das Pony enthalten mal sehen, wie wir ihn hacken können okay so, jetzt gehts weiter Wo sind all die Wachen? Oh, weißt du, die Sachen machen halt, Sachen, Sachen machen halt. Leute, heben wir ein paar Pfannkuchen auf. So, da komme ich noch nicht rein, okay. Dann ist es ein bisschen, die Gigi findet heraus, wie man da rein kommt. Hmm. Hmm. So, da kommen wir in, da. Gut, okay, so. Die Rote ist blau, ähm, blau-grün-rot. Das heißt, der Rote ist, nein, müsste das hier sein, ja. Ähm, was haben wir denn, der blaue, wo haben wir den blauen, blau-rot-grün. Ne, rot, blau-rot-grün, okay. Das könnte es nur sein. Blau-rot-grün, der passt sogar, okay. Der grüne ist, okay, der grüne ist eher hier. Gelb. Und zwei. Gelb. Und zwei. Gelb. Der war. Der passt nicht. Moment. Ähm. Der grüne war, ach so, blau war oben. Okay. Passt der auch nicht. Hä? Okay. Ähm, macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Oh nein, das ist eine völlig illegale Pumpenaktion. Findet ihr raus, wo das Pferdrennen stattfinden wird. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folge mir auf meinen anderen Kanälen auf YouTube, Klik, Twitch. Bis zur nächsten Folge und tschüss.